Hey Leute und willkommen zurück hier bei Lollipop Chainsaw. Ich habe das letzte Mal einen fiesen Cut gemacht, denn wir stehen dem nächsten Boss gegenüber und werden uns jetzt mal auf den Kampf hier... oh Gott, einlassen. Oha. Oha. Okay, erstmal schauen, wie das Ganze hier so funktioniert. Das ist natürlich nicht so cool. Wow. Ja, der Blaster ist eigentlich... Oha. Hey, hey, hey. Wow, weg. Wow. Können wir ihn auch so? Ja, können wir auch, aber das bringt nicht so viel, glaube ich. Wow. Ich habe halt nur Schiss, dass wir nachher keine Blasterkugel mehr haben. Vielleicht sollte ich sie doch so probieren. Hä? Wow. Wow. Ja, 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 ja. Pass mal auf, hier sind auch andere Zombies. Vielleicht sollte ich mich die erst erledigen. Während er da am Rad dreht. Wow, okay. Au, 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 au. Ich weiß jetzt hier gerade echt nicht, was ich... Sie visiert ihn immer an. Was ich hier zuerst machen soll. Irgendwie ist mein Sound gerade verdächtig leise auf meinen Ohren. Das ist der immer sehr laut. Das wundert mich gerade ein wenig. So, nee, ich kümmere mich jetzt um ihn. Wow, 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 wow. Nee, wir kriegen ihn am besten mit dem Blaster. Wirklich. Komm, stirb. Hä? Wo bist du? Da hinten. Ah. Hä? Was war das denn jetzt? War das schon mein Finish-Ding? Und ich hab's vergeigt? Wahrscheinlich, ne? Was ist das, was ist denn das? Nichts. Shit. Muss ich die anderen Zombies das platt machen? Das kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Visier ihn doch nicht immer an. Ich hab doch schon... Wow, wow, wow. Hä? Ich drück doch dann immer Y. Ich glaub, ich verpasse den Moment. Visier ihn bitte nicht immer an. So, jetzt kommt er. Y. Sehr gut. Jetzt haben wir's aber. Ja. Und das war natürlich nur die erste Phase. Okay. Komm, 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 komm. Was? Was? Zur Hölle? Wow, 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 wow. Das wollte ich gar nicht, aber es hat das erste Mal funktioniert. Ach, das ist der Nick Popper. Äh. Ich seh' ihn nicht. Oh Gott, das ist... Mh, das war so dämlich von mir. Ja, das bringt auch überhaupt nichts. Shit. Ich hab nur noch fünf Blasterkugeln. Ich weiß nicht, ob ich einfach draufballern sollte. Ja, ja, ich pass auf. Zwei noch. Ah, wahrscheinlich da oben. Okay, das war's aber jetzt. Oh, das kann ja lustig werden. Okay, er rät durch. Wow, 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 wow. Au. Aufstehen. Shit. Tja, das ist jetzt echt blöd, ne, dass ich keine Blasterkugeln mehr hab und dass es hier auch keine mehr gibt anscheinend. Zieht das überhaupt was ab? Ja, das zieht... Oha, das zieht was ab, aber langsam. Okay, dann... Oh, 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 oh. Dann wird das hier ein wenig dauern. Hängt er da fest? Na toll, und ich... Ah! Ich hab's kapiert. Der macht dann diese Säulen kaputt. Und es dauert anscheinend immer einen Moment. Oha! Nein! Ne. So wird das... So wird das nix. Jetzt mal auf, wir nehmen mal einen Lolli. Hm, ich... Hm, ich drücke auch überhaupt nicht an Visieren, aber trotzdem visiert sie ihn an. Zieht das ab? Ja, das zieht ab. Sehr gut, weg, Juliet. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Okay, oha! Ich müsste es... Ah, eigentlich an der Vibration merken. Immer wenn es vibriert, dann schießt er gleich. Bei mir am Gamepad. So, wo ist er? Wow, wow, wow. Schnell! Komm, viel hat er nicht mehr. Weg, 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 weg. Beim nächsten Mal haben wir ihn, hoffe ich. Das fette Inliner? Das sieht so aus. Oha! Oha! Was? Okay, mach das nicht nochmal, mein Freund. Jetzt bist du dran. Hoffe ich. Jawohl. Abfertigen! Komm schon! Sehr gut. Zweite Phase auch geschafft. Oh, was? Ist das jetzt... Ohohohohohohohohohohohohohohohohohoho. Ist das jetzt schon Phase 3? Oder habe ich es in der... Also 2 jetzt gerade vergeigt? Eigentlich ja nicht, ne? Weg. Ja, doch. Wahrscheinlich habe ich es vergeigt. Aber wenn der nicht so schnell wäre. Ah. Komm schon. Habe ich's? Was? Oh. Ach du Scheiße. Oh, ich brauche Blasterkugeln. Oh. Komm mal ein bisschen. Bisschen auf Risiko und ein bisschen öfter draufhauen, wenn's geht. Oh. Jetzt wieder. Komm, der ist doch gleich down. Der ist doch gleich down. Ich bin gleich down. Nee, er auch. Komm schon. Aufstehen und drauf. Dove Idee, dove Idee, dove Idee. Okay. Und Vorsichtshaber weg. Oder auch nicht, wenn Juliet nicht möchte. Wow, 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 wow. So, jetzt haben wir ihn. Wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn, Leute. Wir haben ihn. Haben wir ihn? Was, ey? Ach, dann müssen wir... Alles klar, das Ganze anscheinend für die andere Seite nochmal machen. Na, dann haben wir ihn gleich. Wow, weg. Mein Special ist mir jetzt auch gerade zu kostbar dafür. Jetzt tritt er durch. So, jetzt aber, komm. Yeah. Was? Immer noch nicht. Okay, wahrscheinlich viermal. Ah. Kann das sein? Viermal? Hau drauf, Juliet. Hau drauf. Schnell, geh. Hin, 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 hin. Wow. Der lebt aber immer. Ach, du heilige Scheiße. Der lebt immer noch. War das jetzt erst die zweite Phase? Ich kann mich auch gerade nicht wirklich drauf konzentrieren, was Nick sagt. Ob der mir irgendwelche Tipps oder so gibt. Wird man. Hätte ich mal noch Glasterkugeln. Wirklich. Oh, und wenn ich mein Special hätte. Das wäre voll gut. Habe ich aber nicht. Ey, dreh mal nicht durch, Freundchen. Dreh mal nicht durch. Ja, komm, hau mal schneller drauf, Juliet. Du bist so langsam. Ja, ich versuche doch, ihn zu töten, Mensch. Bam, komm. Aber wenigstens kann ich mich... Ich wollte gerade sagen, ich kann mich jetzt nach einem Sturz... Also trotzdem auf den Beinen halten, wenn er mich getroffen hat. Muss ich einfach schnell genug B drücken. Jetzt komm doch! Ah, ja, schwer ist ja nicht. Halt nur ein bisschen zeitintensiv. Ja, komm, jetzt aber bitte. Wieder diagonal. Uh, geschafft! Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ja, wenn ich mich überdöne bin... Es ist dein Geist, du wunderschönen MySpace-Hair-Jerk! Ha 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 ha! Fantastische Arbeit, Juliette! Du hast alles gemacht, wie ich wollte. Start bis Ende. Danke für deine Cooperation. Jetzt ist die Realität erfüllt! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Was? Was bist du? Du wunderschönen Idiot! Ich habe dir gesagt, für die Garten der Hölle zu öffnen, ein Ritual muss werden. Und du bist ein Teil davon. Ich habe das ganze Ding auf. Du wunderschönen! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Jetzt ist die Ceremonie complete! Du wunderschönen! Du wunderschönen, du wunderschönen, fünf preselecten Zombies. Und sie müssen die Sagitteln sagen, auf der Punkt der ihre Geist. Neus vita regge pro nevario coepto. Du wunderschönen! Du wunderschönen bead Democrations! Warum hast du viel damit gemacht? Weil du genauso wie ihnen anderenidorتي. Du sprachst du anders seinигt. Wie ist die Linde? Ja, Juliette, du, B***h! Ja, Juliette, du, B***h! Hahaha! Ah! This is the end. The real end, to everything! This school, this world, deserves to be destroyed. It rejected me! It ridiculed me! So I'll make this rotten world even more rotten. Rot away, rot away, rot, 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 rot! So fuck all of you, your eternal screams of horror will be my pop music! Elvis-Verschnitt? Alter! Was? Zombie of Zombies! Ah, das war's also schon und ich war tatsächlich mal gar nicht so schlecht, nur A und B. Wow, ich hab sogar den goldenen Nick bekommen. Wie cool ist das denn? Sehr schön. So, und ich glaube... Ach du Scheiße. Oh ja, er steht uns jetzt noch bevor. So, ich werde nochmal ganz schnell in Juliets Haus gehen und ein anderes Kostüm anziehen, denn als ich diese Aufnahme gestartet habe, konnte ich nochmal zum Shop und hab auch noch ein paar Sachen gekauft, unter anderem das Dating-Outfit. Das würde ich jetzt gerne mal sehen. Ach ja, das ist ja ganz süß, ne? Eigentlich. Ich glaube... Ach ja, das war das Standard-Kostüm, genau. Das hier ist noch dieses Legere, sexy und leger, aber das werden wir uns wohl nicht mehr kaufen können in diesem Spieldurchlauf. Und ich würde sagen, ich beende die Folge an dieser Stelle. Es kann sein, dass sie jetzt ein wenig kürzer ist als sonst, aber wenn jetzt tatsächlich der Endkampf auf uns wartet, dann möchte ich den natürlich gerne komplett in einer Folge drin haben. Deshalb sage ich bis zum nächsten Mal, wenn wir uns dem Zombie der Zombies stillen, Kill a Billy oder auch der fette grüne Elvis. Bis dahin. Tschüss! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017